Hallo, ich bin's Ellen. Heute mit einem neuen WordPress Beginnerstipp für WordPress Einsteiger. Und zwar möchte ich euch ganz kurz zeigen, was der Customizer ist und wovor der gut ist und was man alles im WordPress Customizer machen kann. Wenn man in WordPress im Admin-Bereich landet, kommt man erstmal zum Dashboard. Da hat man so eine kleine Übersicht und man kann sich hier die Elemente auch über diese Ansicht anfassen, zurechtlegen, welche man wirklich benötigt. Und den Customizer, also Customize bedeutet hier anpassen und man kann damit sein Theme-Design anpassen. Also findet man den Customizer unter Design und hier findet man als zweiten Punkt den Customizer. Man hat hier noch zusätzliche Optionen, aber die meisten der Optionen kann man auch über den Customizer anpassen. Und das würde ich auch in den meisten Fällen bevorzugen. Und zwar aus dem Grund, dass man im Customizer seine Vorschau, die Vorschau seiner Anpassung schon gleich sehen kann. Ich zeige das jetzt mal. Also jetzt bin ich im Customizer und hier habe ich links mein Customizer-Menü-Feld und rechts habe ich hier eben diese Webseiten-Vorschau. Das ist jetzt nicht live auf meiner Webseite, sondern das ist nur eine Vorschau. Und auf die Weise kann ich Änderungen, die ich hier über das Customizer-Menü vornehme, direkt in meiner Vorschau hier rechts sehen. Und das ist eben super, weil so kann man Anpassungen testen. Und erst wenn man dann wirklich auf Speichern und Publizieren drückt, wird das auch wirklich live dann auf der Webseite für alle Webseitenbesucher sichtbar, die Anpassung. Also das ist ein super Vorteil vom Customizer und ist wirklich eine sehr schöne Sache. Und ich würde daher empfehlen, eigentlich alle Anpassungen, die man machen möchte, direkt im Customizer zu machen, wenn möglich. Ich zeige jetzt hier noch zwei Ansichtstricks, die man machen kann. Und zwar einmal, wenn man, vor allem wenn man nicht so einen großen Bildschirm hat, ist die Funktion super, wenn man wirklich live sehen möchte. Ohne dieses Menü hier, wie die Anpassungen aussehen, kann man hier diesen Ausblenden-Knopf drücken. Und dann sieht man wirklich die Vorschau in voller Bildschirmbreite. Und hier unten über dieses blaue Knöpfchen kann man die Menüs wieder einblenden. Was außerdem noch klasse ist, dass man hier über diese drei Screen-Buttons unten links im Menü die Anpassungen, die man macht, auch auf mobilen Geräten testen kann. Also wenn ich jetzt hier drauf drücke, sehe ich die Tablet-Ansicht von meinem Theme und hier die Smartphone-Ansicht. Und da kann man auch scrollen und dann sieht man sehr schön die Anpassungen, die man gemacht hat, auch auf mobilen Geräten und wie sich da die Anpassungen verhalten. Also da kann man das auch nochmal prüfen. Das ist ein sehr schönes zusätzliches Feature. Jetzt zeige ich aber wirklich, was für Anpassungen man machen kann. Kurz und zwar kommt es immer auf das Theme drauf an. Also es gibt ein paar Standard-Anpassungen und dann gibt es ein paar themespezifische Anpassungen, die man hier findet. Die Standard-Anpassungen sind zum ersten Mal, dass man die Grund-Webseiten-Informationen hier anpassen kann. Man kann ein eigenes Logo einfügen, das ist auch wieder je nach Theme und ein Webseiten-Icon. Das sind diese kleinen Icons, die hier oben in den Browser-Tabs dann zu sehen sind. Und man kann seinen Titel und seinen Untertitel ändern. Dann kann man Farben ändern. Da gibt es Grundfarben und dann noch Farben, die je nach Theme anpassbar sind. Das ist unterschiedlich. Man kann ein eigenes Header-Bild einfügen. Das kann man auch nicht bei jedem Theme, aber bei den meisten. Man kann ein Hintergrund-Bild einfügen oder die Farbe von dem Hintergrund ändern oder ein spezielles Muster. Und dann kann man sowohl über den normalen Admin-Bereich als auch über den Customizer direkt kann man seine Menüs anpassen. Das ist auch eine sehr hilfreiche Funktion. Wenn man ein eigenes Custom-Menü zum Beispiel für sein Hauptmenü einfügen möchte, könnte man hier ein neues Menü hinzufügen. Oder man kann sein Hauptmenü hier anpassen und neue Menüpunkte einfügen, zum Beispiel Kategorien oder Schlagwörter. Das kann man über den Customizer machen. Man kann seine Widgets anpassen. Da sieht man hier die verschiedenen Widget-Bereiche. Die sind natürlich auch je nachdem unterschiedlich. Und dann kann man hier seine Widgets hinzufügen. Hier hat man seine Widget-Auswahl und kann die dann je nachdem, wie man möchte, hier hinzufügen. Und wie ihr seht, ich habe jetzt hier Archiv eingefügt in meine Blog-Sitebar und ich bekomme dann gleich in der Vorschau hier mein neues Widget angezeigt, ohne dass ich es wirklich live jetzt schon publiziert habe. Dazu müsste ich dann hier diesen Speichern und Publizieren-Button drücken. Und erst dann werden das alle meine Webseitenbesucher auch sehen, mein neues Archiv-Widget. Also so funktioniert es, dass man immer diese Vorschau hier von seinen Änderungen sieht. Ich zeige diese Live-Anpassungsfunktion mit der Vorschau, am besten auch noch mal mit einer Farbe. Zum Beispiel kann man im Uko-Theme, was ich jetzt hier gerade im Einsatz habe, die Hintergrundfarbe von seinem Futter anpassen. Und dazu gehe ich jetzt auf Farben und da habe ich hier meine Futter-Hintergrundfarbe und die kann ich einfach anpassen. Vielleicht möchte ich zum Beispiel ein bisschen dunkleres Blau nutzen. Und dann stelle ich mir hier meine Farbanpassung an und nach einem kurzen Lademoment wird mir die Farbe dann hier in der Vorschau angezeigt und das ist jetzt noch nicht live sichtbar zu sehen für meine Webseitenbesucher. Und das ist eben sehr schön, weil ich so verschiedene Farben einfach ausprobieren kann. Und das ist wirklich das Geniale und der super Vorteil an diesem Customizer mit dem Preview-Modus. Ein Punkt, der noch standardmäßig anpassbar ist, ist diese statische Startseite. Hier kann man bestimmen, ob man seinen Blog auf der Startseite von seiner WordPress-Seite haben möchte oder eine statische Seite, die man vorher angelegt hat. Und dann bei Beitragsseite kann man hier noch auswählen, ob man den Blog dann auf einer Unterseite anzeigen möchte. Das ist auch noch standardmäßig wählbar. Wenn man jetzt nicht einfach die neuesten Blogbeiträge auf der Startseite haben möchte, sondern eine statische Seite, die es ja bei vielen Teams auch schon vorbereitet gibt, die muss man dann hier unter statische Startseite eintragen. Ich habe hier jetzt noch zusätzliches CSS. Das ist nicht standardmäßig, sondern das ist eine Funktion von dem Jetpack-Plugin. Wenn man das installiert hat, kann man hier zusätzliches CSS einfügen. Aber viele Themes haben auch schon einen eigenen Bereich für zusätzliches CSS. Zum Beispiel das Uko-Theme. Da kann man hier bei den Theme-Optionen unter eigenes CSS sein CSS eingeben. Also braucht man dafür eigentlich kein zusätzliches Plugin. Aber das ist wirklich nur gedacht für ganz kleine CSS-Anpassungen. Sonst würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, dass man sich ein eigenes Child-Theme anlegt. Nur als kleinen Hinweis noch. Ja, Theme-Optionen sind wie gesagt bei jedem Theme-Theme anders. Beim Uko-Theme hat man hier relativ viele Optionen, weil das ein relativ großes Theme ist mit vielen Optionen und auch einer Shop-Seite, wenn man WooCommerce aktiv hat. Also hat man hier noch eine eigene Blog-Seite. Damit kann man seine Magazinspalten oder Sections einrichten beim Uko. Und hier bei der Stop-Seite kann man das Gleiche machen. Kann man anlegen, was für Produkte man zeigen möchte auf der Startseite. Also diese drei Punkte sind themespezifisch und bei jedem Theme anders. Aber die meisten Themes haben, vor allem die Premium-Themes, haben definitiv auf jeden Fall Theme-Optionen. Und da kann man allgemeine Anpassungen vornehmen. Also da müsst ihr gucken dann im Customizer oder in der Theme-Dokumentation, was euer Theme hier zur Verfügung hat. Ich hoffe, dieser kleine Einblick in den Customizer hat euch weitergeholfen und hat euch gezeigt, was man im Customizer alles machen kann und für was der eigentlich gut ist. Und gerade für WordPress-Einsteiger hoffe ich, dass der Tipp hilfreich ist und euch ein bisschen näher an den WordPress-Admin-Bereich heranführt und ihr ein bisschen besseren Einblick bekommen habt, was ihr mit eurem WordPress-Theme im Customizer alles anpassen könnt. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir doch einfach einen Kommentar unterm Video. Ich freue mich, von euch zu hören und ganz vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!